Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind kurz vorm Ende und ich wollte nochmal mit Alvarez quatschen und dann machen wir uns auf. Ah, nur rum. Luft auf See. Ha, du bist ein Teufelskerl. Hier, nimm dies. Ich geb eine Runde Rum für alle aus. Ich mach mich jetzt auf den Weg zur Totenkopf-Insel. Keine guten Nachrichten erreichten mich jemals von dort. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Schon, aber die ein oder andere Goldmünze würde mir schon helfen. Gut, hier, nimm. Es möge dir helfen, auf deinem Weg die Welt zu retten. Du wirst diesen Krieg beenden. Wenn nicht du, wer dann? Ich bin sehr stolz auf dich. Vergiss das nicht, mein Junge. Alles klar, dann haben wir doch nochmal ein bisschen Gold bekommen, aber das ist jetzt auch egal. Äh, ich würde gerne nochmal ein bisschen rumkredenzen. Gibt's da zitterlichten Brenner hier irgendwo? Ja, ja, sie waren hier auf Antigua. Äh, ein Brennkessel. Oben vielleicht. Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ich will doch nur... Ja, ist ja gut. Ich will nur ein Brennkessel. Aber ich glaub, hier gibt's keinen. Muss ich jetzt echt nochmal nach Kila? Na ja, dann... Dann gehen wir halt nochmal nach Kila. Da weiß ich zumindest, dass da einer ist. Kila, ja. Dann machen wir uns hier nochmal rum. Hier war doch... Ah, nein, ist nur ein Wasserfass. Rum. Vierundvierzig. Damit haben wir dann keinen Zucker mehr. Aber das ist egal. Dann gehen wir noch einmal... ...aufs Schiff. Nach Taranis. Warum nach Taranis? Ganz einfach, weil's die Insel ist, die am nächsten an der Totenkopf-Insel dran ist. Ich will eigentlich gar nichts mehr hier. Was wir jetzt noch machen, ist einmal... ...diese Leiste hier überarbeiten. Ich glaube, Papageienflug brauchen wir nicht mehr. Das... ...behalten wir. Das auch. Das brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir jetzt das. Und das. Und das. Äh... Wobei, ganz ehrlich... ...das reicht. Die Runenhaut können wir nochmal benutzen. Vielleicht. Heilung. Legen wir uns da nochmal hin. Wobei ich das dann, glaube ich, so mache. Die Kristallfackel. Und... ...Feuerregen. Weil Kristallfackel... Weg. Schlitterhagel. Das wird reichen. Dann mache ich jetzt einen Spielstand. Toten. Kopf. Insel. So. Und dann mache ich jetzt noch einmal kurz Pause. Starte das Spiel mal neu, damit jetzt nichts mehr passiert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir haben 17 Teleportsteine noch übrig. Es gibt also sehr viel mehr Teleportsteine als Teleporter. Außer es gibt jetzt 17 Teleporter auf der Totenkopfinsel und keinen Stein. Das bezweifle ich aber irgendwie. Aber da gehen wir jetzt mal hin. Okay. Totenkopfinsel gefunden. Hier liegen Schiffe. Warum liegen hier Schiffe? Die Inquisition ist hier? Hä? Okay. Aber ich glaube, unsere Leute sind alle von Bord gegangen. Alles klar, Polly. Alles klar. Speer. 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 Okay. Okay, wir haben niemanden mehr hier. Was ist da oben? Ich habe aus Versehen Oder ist fast umgebracht, wer auch immer das ist Gut, dann Warten wir mal, bis unsere Leute Sich An Bord Das ist ein Boot, mit dem können wir aber nicht Interagieren, okay Also Naja, egal Quatschen wir mal mit unseren Leuten Edward Brauchen wir nicht, okay Patty, auch nicht Daffar, auch nicht Bones, auch nicht Cool Wen nehmen wir mit Patty oder Bones Ich weiß noch nicht Was mit Sadek Nichts Ich lasse jetzt alles liegen Ich habe keine Lust mehr, irgendwas mitzunehmen Ich sehe auch nicht, dass das notwendig ist Ich weiß auch nicht ehrlich gesagt Warum ich jetzt das hier noch hole Ja, hier kann man Runen basteln Ach, hier kann man auch Tränke brauen Na gut Ich will eigentlich nicht mit jemandem reden Ohne jemanden dabei zu haben Und wir gehen nochmal aufs Schiff Und dann penne ich hier nochmal eine Nacht Ist auch auf jeden Fall morgen Aber heller wird es dadurch hier auch nicht, okay Komm, wir nehmen Patty mit Was soll's Komm mit Gut Haben das Spiel mit ihr begonnen Dann werden wir es auch mit ihr beenden Und dann schauen wir uns hier erst noch ein bisschen um Wir beobachten dich, Zivilist Okay Ach, jetzt nehme ich das Zeug doch mit Ach, egal Sieht echt schlimm aus hier Ich hätte mich für diese Kacke nie melden sollen Wovon redest du? Wovon ich rede? Schau dich doch mal um Hier kann man sich vor lauter Schattenfüchern ja kaum aus dem Lager trauen Als gefragt wurde, wer sich um die Ausrüstung kümmern soll Hätte ich wirklich meine Hand unten lassen sollen Jetzt setze ich hier fest in den Mist Du hast Angst Natürlich habe ich das Hier gibt es nichts Nichts zu fressen Keine Menschen außer uns Hier gibt es nur den Tod Ich wünschte, ich wäre in einer Kneipe So eine Kacke Wir werden hier alle heil wieder rauskommen Hoffen wir, dass du recht hast Ausrüstungsleiter ist doch ein guter Posten Hast du es denn nicht mitgekriegt? Was denn? Wir haben uns völlig verrechnet Die Dämonenjäger waren dafür zuständig auszurechnen, wie viel Nahrung und Waffen wir brauchen Wir haben viel zu wenig von beidem Jetzt bin ich der Arsch, der entscheiden muss, wer eine neue Waffe bekommen darf und wer nicht Dann nehmen wir die Waffen unserer Feinde Den Gedanken hatte ich auch schon Nicht weit von hier steht ein Waffenlager dieser dunklen Brut Wenn wir das einnehmen könnten und den Weg dorthin gesichert hätten Tja, aber das ist nicht ganz einfach und momentan kann ich hier niemanden entbehren Wo befindet sich das Waffenlager? Lauf von hier aus einfach geradeaus nach Osten Dann wirst du es schon irgendwann sehen Warum greifst du es nicht selber an? Hey, ich wurde abgestellt, die Vorräte zu überwachen Ich bin nicht hier, um neue Vorräte zu beschaffen Ich werde die Schatten im Waffenlager für dich töten Damit würdest du uns allen einen riesen Gefallen tun Wenn wir ausreichend Waffen haben, werde ich dir auch eine geben Dann brauche ich ja nicht mehr knauserig sein Wenn ich dir Waffen beschaffe, willst du mir eine abgeben? Wie großzügig Hey, du sollst ja nur den Weg freimachen Die Waffen beschaffe ich dann selber Es soll nicht zu deinem Schaden sein Und wenn du etwas Wertvolles dort findest, kannst du es ja behalten Ja Machen wir dann auch Wir beobachten dich, Zivilist Ist ja gut Das ist ja gut Nein. Ein Wolfsrachen, ja, den hatten wir ja eigentlich schon. Jetzt haben wir ihn doppelt. Gut, kann nicht schaden. Haben wir zum Verkaufen. Falls das nötig werden sollte. Ja, ich werde jetzt hier auch das Ende nicht rushen. Wir lassen uns Zeit. Ich nehme jetzt, ich habe mich jetzt doch entschlossen. Ich nehme doch alles mit, was wir so finden. Und dann mal schauen. Teleportstein Nummer 18. Ich habe keinen Bauplan. Ich habe keinen Bauplan. Kittlat. Ein ungewöhnliches Gefühl für Kittlat, mit Gutschos zusammenzuarbeiten. Wieso? Gutschos waren lange Zeit nur Objekte für Kittlat. Wie meinst du das? Nicht böse nehmen, Gutscho. Kittlat hat sich geändert. Viele Gutschos mussten sterben für Wissensdurst dieses Chakas. Ich habe Gutschos benutzt, um mein Voodoo zu testen. Viele Gutschos mussten sterben wegen meinem Unwissen. Und das erzählst du mir jetzt? Die Schlacht bringt mich auf Gedanken. Du hast Menschenversuche durchgeführt? Tsch, so nennen es die Gutschos. Kittlat nicht stolz auf seine Geschichte, aber Vergangenes ist Vergangen. Heute ist Kittlat hier und versucht, seine Sünden wieder gut zu machen. Kittlat will tun, was er kann, um Gutschos in diesem Kampf zu helfen. Was genau hast du den Gutschos angetan? Keine schöne Geschichte. Will Gutscho das wirklich hören? Kittlat spricht nicht gerne über seine Vergangenheit. Erzähl's mir. Kittlat hat mit der Kraft der Übernahme Gutschos unter seinen Willen gebracht. Er hat ihnen die Schädel entfernt, ohne dass sie dabei gestorben sind. Dann hat er sie einfach liegen lassen. Was hast du mit den Schädeln gemacht? Die Schädel hat Kittlat benutzt, um Voodoo zu wirken. Mächtiges Voodoo. Kittlat hat sich in Sphären versetzt, von denen ein Gutscho nur träumen kann. Er hat das tote Fleisch der Gutschos verwendet, um seine Kraft zu steigern. Sogar unter uns Kila ist dies eine verbotene Praxis. Aber mein Durst nach Wissen und Macht konnte dadurch nicht gestillt werden. Was hast du dann gemacht? Kittlat hatte vor, sich ein eigenes Gefolge toter Untergebner heranzuzüchten. Er nahm die Gedanken der Gutschos, um seine Macht zu vergrößern. Und er nahm das tote Fleisch der Gutschos, um sich Untergebner zu schaffen. Dies sind Dinge, die niemand tun sollte. Es hat meinen Geist vergiftet, aber genug davon. Ich möchte diese Tage vergessen. Hier, nimm das. Es erinnert mich an Taten, die ich nicht mehr wissen möchte. Verkaufe es, wenn du möchtest. Okay. Bring mir dein Wissen bei. Lass sehen, was Kittlat dich lehren kann, Gutscho. Es gibt allerdings Dinge, die Kittlat dich nicht lehren wird. Es gibt Bereiche, von denen sollte niemand etwas wissen. Dieses Wissen wird Kittlat mit in sein Grab nehmen. Ich bin noch nicht gut genug. Theoretisch könnten wir Ritualmeister lernen, aber wir benutzen eh keine Tränke. Von daher lohnt sich das auch gar nicht. Rodas. Rodas. Ah, hier jetzt auch ein Brennkessel gegeben. Okay. Na, danke. Noch ein Dämonenjäger. Hast du was gegen uns? Nichts für ungut, aber die meisten von euch sind nicht besonders gebildet. Bist du nicht etwas überheblich? Ach, komm mir nicht so. Du musst zugeben, die meisten hier sind ziemlich ungebildet. Die Kieler mit ihrer Voodoo-Magie. Das ist doch sowieso alles nur Firlefanz. Dämonenjäger sind auch nicht besser, aber wenigstens sind das gute Kämpfer. In diesem Krieg werden wir alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Ich befürchte, du hast recht, aber ich glaube, dass wir Magier das auch alleine hinbekommen würden. Hm, sicher. Brauchst du Hilfe? Von einem Dämonenjäger? Vielleicht könntest du mir tatsächlich helfen. Ich könnte einen starken Arm gebrauchen. Wir haben ein Problem. Das Essen reicht bei weitem nicht. Wer weiß, wie lange wir noch hier bleiben müssen. Ich arbeite an einer Technik, um Schattenfleisch essbar zu machen. Klingt nach einer guten Idee. Ich gebe zu, es ist etwas ekelhaft, aber es ist die einzige Möglichkeit, hier an genug Essen für alle zu kommen. Also die meisten dieser Biester haben nicht genug auf den Knochen, um Tests mit ihnen durchzuführen. Aber ich habe eine ganz besondere Gruppe dieser Monster ins Auge gefasst. Ich weiß, dass einer unserer Spähtrupps getötet wurde und ich könnte wetten, dass sie von den Schatten gefressen wurden. Das klingt jetzt etwas wahnsinnig, aber das ist tatsächlich gut für meine Experimente. Du findest es gut, dass unsere Späher tot sind? Natürlich nicht. Mir geht es darum, dass die Schatten Menschenfleisch gefressen haben. Dadurch kann ich nachvollziehen, wie sie unser Fleisch verdauen. Vielleicht kann ich den Prozess umkehren, sodass wir ihr Fleisch verdauen können. Das Fleisch von acht vollgefressenen Schatten würde mir reichen. Ich bringe dir das Schattenfleisch. Sehr gut. Im Westen auf der Anhöhe über unserem Lager wurde unser Spähtrupp überfallen. Dort solltest du die Schatten finden, die für meine Experimente geeignet sind. Kann ich bei dir was lernen? Klar. Oh. Aber warum sollten wir das lernen? Na, Panzerknacker vielleicht. Bring mir bei, wie ich besser Schlösser knacken kann. Alles klar. Aber Meisterdieb bringt uns ja eigentlich nichts. Wobei eigentlich bringt uns, hat uns auch Taschendiefstahl nicht mehr wirklich was gewählt. Wir haben 145 Schlösser knacken. Aber jetzt haben wir sowieso kein Geld mehr dafür. Ah, hier ist eine Schmiede. Mit Jake hatten wir schon gesprochen. Hier sind wir wieder zurück. Ist was? Nö. Bald wird das alles ein Ende haben. Dafür werden wir schon sorgen. Die dunkle Brut hätte sich niemals mit uns anlegen dürfen. Sie werden schon sehr bald feststellen, dass diese Welt uns gehört. Wenn wir dafür ein paar Menschen opfern müssen, dann soll es so sein. Wäre gut, wenn es nicht sein müsste. Ich wünsche mir natürlich, dass wir das hier überleben, ohne jemanden von uns opfern zu müssen. Aber ich bin bereit, es zu tun, wenn es sein muss. Und du? Hast du nicht einen Job zu erledigen? Keine Sorge. Wir wissen, was zu tun ist. Dann ist dir gut. Wie ich sehe, war es eine gute Entscheidung, dich zum Feldherrn der Truppen zu machen. Das werden wir erst sehen, wenn wir die Schlacht gewonnen haben. Alles steht und fällt mit dir. Wenn du deine Aufgabe nicht erledigst, sind wir alle verloren. Erklär mir deinen Schlachtplan. Du musst zum Hort des Bösen vordringen. Necroloth weiß bestimmt schon, dass wir hier sind. Also beeil dich. Finde deinen Geist und dann schicke diesen Dämon wieder zurück ins Schattenreich. Irgendwo in der Mitte dieser verfluchten Insel, vermute ich, wird er sein. Alle anderen werden versuchen, seine Schargen zu beschäftigen. Wir haben Berichte über Waffenlager der Schatten erhalten. Ich habe schon ein paar Männer darauf angesetzt, aber ich bräuchte jemanden, der mir von den Lagern berichtet. Um genau zu sein, brauche ich jemanden, der sicherstellt, dass diese Lager unter unsere Kontrolle gebracht werden. Wie wäre es mit mir? Du bist unser wichtigster Mann. Wenn dir was passiert, sind wir alle verloren. Ich pack das schon. Ach, was soll's. Ich werde dich eh nicht davon abhalten können. Also, wenn du dich dieser Aufgabe gewachsen siehst, gehört sie dir. Ich werde mich um die Waffenlager kümmern. Es gibt zwei Stück im Osten. Am besten sprichst du mal mit Jake, falls du es noch nicht gemacht hast. Bei dem anderen findet sich außerdem eine Brücke, die wir unbedingt halten sollten. Zwei weitere Lager findest du im Norden. Eines auf der anderen Seite der Insel und eines vor dem Berg hinter den Zweitturm. Bringe mir Nachricht aus allen vier Waffenlagern. Aber wehe, du kommst mit schlechten Nachrichten zurück. Komm nur wieder zu mir, wenn du sichergestellt hast, dass die Waffenlager unter unserer Kontrolle sind. Alles klar. Wie sicher ist die Anlegebucht? Sicher? Auf dieser Insel ist nicht sicher. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jeden töten, der sich uns in den Weg stellt. So einfach ist das. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, das stimmt schon, aber das kann ja trotzdem nicht schaden. Wir sollten die Wachposten aufstocken. Und was dann? Gemeinsam am Lagerfeuer Geschichten erzählen? Nein. So werden wir hier nie Fuß fassen. Wer Sicherheit will, muss erst einmal vor seiner eigenen Haustier kehren. In der Nähe ragen zwei große Türme in die Höhe. Das Pack treibt sich dort herum und blockiert die Wege. Wird Zeit, ihnen in den Arsch zu treten. Schatten verkloppen? Da bin ich dabei. Warum genau wirst du dich kümmern? Ich presche zu den zwei Türmen vor und nehme die Bieste auseinander. Wenn du willst, dann begleite mich. Ich möchte ein paar Dinge wissen. Aber mach schnell. Ich habe zu tun. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen? Du sprichst von den Kieler und den Magiern? Jeder steuert etwas zu diesem Krieg bei. Mir steht es nicht zu, über die Vorgehensweisen der anderen zu urteilen. Aber wenn es ums Krieg führen geht, macht uns Dämonenjägern so schnell niemand etwas vor. Wie denkst du über Nekroloth? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Titan des Todes. Der Sinn seiner Existenz ist es, sämtliches Leben auf dieser Welt ihm zu unterwerfen. Wenn wir ihn nicht aufhalten können, ist alles verloren. Darum wurde vor langer Zeit der Orden der Dämonenjäger überhaupt gegründet. Dies ist unser einziger Zweck. Wie siehst du den Krieg gegen die Schatten? Nekroloth hat die armen Teufel hier zu willenlosen Tötungsmaschinen gemacht. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Unsere Aufgabe ist es, ihr Leid zu beenden. Und solange ich lebe, werde ich dafür Sorge tragen, dass wir genau das tun. Ihr Exekutor. Kannst du mir etwas beibringen? Natürlich. Ah, okay. Ja, uns fehlt halt das Gold. Aber, ja, vielleicht, vielleicht sammeln wir die Schattenwaffen doch nochmal eben auf. Mit vielleicht meine ich, wir machen das. Hast du nichts zu tun? Können wir mal einen Blick auf die Map werfen. Das hier sind, glaube ich, die zwei Türme, von denen er gesprochen hat. Okay, die Insel ist schon auch ganz schön groß. Und vermutlich ist Necroloth irgendwo hier oben oder so. Naja, gut, das heißt ganz schön groß, aber ist jetzt auch nicht so klein. Von diesen Türmen kommt nichts Gutes. Hoffentlich räumt da bald jemand mal auf. Cain wird sich darum kümmern, wirst schon sehen. Und wenn nicht, was dann? Jetzt macht ihr mal nicht ins Hemd. Tue ich nicht. Aber das komische Gefühl bleibt. Diese Vorposten der Schatten sind eine echte Bedrohung. Etwas Feuer könnte das Problem lösen. Ha! Der Vorschlag kann nur von einem Wächter kommen. Wenn du wüsstest, wie oft mir ein Feuerball schon den Arsch gerettet hat. Da verlasse ich mich lieber auf das Wissen unserer Druiden. Irgendwann kriegen wir sie alle. Geht doch. Äh, keine Musik. Was soll das? Frechheit. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So jung kommen wir nie wieder zusammen. Wir beobachten dich, Zivilist. Oh, du Phrasen dreschen kann ich ja auch. So. Was haben wir hier noch? Aha. Nichts. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes einfach mit äh, ihm hier oben los. Ah, Moment. Der Exekutor, den wollte ich mir noch angucken. Ja, ist auf jeden Fall besser. Dann haben wir eine neue Knarre. Zum Sieg. Und wenn dann? Dann solltest du besser eine gute Ausrede haben. Ah, guck mal hier. Die Bieste lernen es sich. Zeigts den verdammten Dämonen. Sagt ihr und bleibt stehen. Normalerweise würde ich in der Nähe solcher Bauten einen Schatz vermuten. Aber was hier begraben liegt, kann gerne begraben bleiben. Und ich dachte, auf Kalador wäre die Lage schlimm. Die Gegend um die zwei Türme ist sauber. Die Biester werden sich von der Attacke hoffentlich nicht so schnell erholen. Hier, kannst deine Wunden damit flicken. Danke. Danke. Gut, dann erkunden wir mal diese Seite hier. Oh, von wem bekommen wir denn den Auftrag? Keinen Schrecken mehr. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Du hast doch sicher noch was zu tun. Tja, da hab... da hab... Ich weiß nicht, von wem wir den Auftrag bekommen. Aber ist egal, wir legen einfach los. Oder wir legen in der nächsten Folge los, denn wir sind gerade bei 30 Minuten angekommen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, schreibt mir gerne in Kommentare und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.